Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Geeks von Revolution Firefox OS installieren Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für die schlechte Qualität, aber ich glaube ich konnte es kaum erwarten Firefox OS zu nutzen, deswegen mussten ein paar Fotos reichen Also, wie installiert man nun Firefox OS? Denn ausgeliefert wird das Geeks Revolution mit Android Man geht wie folgt vor, man klickt ganz unten auf den weißen Kreis mit den sechs Quadraten Kommt dann zu den Apps und dort klickt man dann auf Settings, auf die Einstellung Kommt zu den Einstellungen, wandert bis nach ganz unten zu dem Abschnitt System Klickt dann dort auf About Phone Und klickt dann ganz oben auf System Updates Anschließend werden hier vier Menüpunkte angezeigt Hier klickt man auf anderes OS installieren Dort wird dann ein Update angezeigt und zwar das für Firefox OS Das lädt man dann herunter Und geht dann auf Weiter Bestätigt dann mit Continuen Geht also weiter Und dann wird das Update heruntergeladen und installiert Dann wird ein Neustart durchgeführt Smartphone abschalten und wieder einschalten Und dann sagt Firefox OS schon Hallo Der zweite Teil hier ist von der Qualität jetzt eigentlich besser Sollte besser sein, da hier der Simulator 1.3 läuft Und wie beim normalen erstmal einschalten des Phones Muss man erstmal ein paar Einstellungen machen Zum Beispiel hier die Sprache Dann Datenverbindung Gibt es irgendwelche Netze Wenn ja, gibt es versteckte Netze Will ich hier irgendein Netz wählen Einfach weiter Dann die Zeitzone wählen Datum und Uhrzeit Dann die Standortbestimmung Soll der Standort bestimmt werden Ja oder nein Hier mache ich das Häkchen einfach mal weg Klicke auf Weiter Dann werden die Kontakte importiert Weiter Und dann sagt Firefox OS schon Hallo Hier kann ich dann noch bestimmen Indem ich ein Häkchen setze Will ich dabei helfen Das Firefox OS benutzerfreundlicher und besser wird Einfach auf Weiter Fertig Und dann gibt es die ersten Schritte Die Einführung Wie funktioniert Firefox OS Dazwischen Symbole verschieben Und so weiter und so fort Und zwar die Willkommensprozedur Die kann man wie folgt beim Simulator starten Man geht zu den Einstellungen Einstellungen Einmal zurück So Zu den Einstellungen Dann geht man zu Geräteinformationen Dann klickt man weiter zu weitere Informationen Dann auf Entwickler Ganz unten Entwicklereinstellungen Und Erstbenutzung starten Hier einfach anklicken Und dann wird die Prozedur gestartet Das war unser Powerforum Screencast Ciao und viel Glück Also Dann geht es schon weiter und dann wird die Prozedur gestartet und dann wird die Prozedur gestartet und dann wird die Prozedur gestartet Und dann wird der Prozedur gestartet